Sie sind hier, 20. Oktober 2018, 15.04 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Milena Rasek, L. und ihre serbischen Teamkolleginnen, gewinnen im WM-Finale gegen Italien Urheberrecht Getty Images, die serbischen Volleyballerinnen holen in Japan den WM-Titel. In einem dramatischen Finale ringen sie die Italienerinnen nach zweimaligem Rückstand nieder. Die serbischen Volleyballerinnen haben zum ersten Mal den WM-Titel geholt. Im Finale von Yokohama kämpfte sich der Europameister nach zweimaligem Satz Rückstand zurück und schlug Ex-Weltmeister Italien mit 3 zu 2, 21.25 Uhr, 25 zu 14, 23.25 Uhr, 25 zu 19, 15 Uhr, 12. Die Italienerinnen verpassten dadurch den zweiten Titel nach 2002. China holte Bronze. Zuvor hatte sich bereits der zweimalige Titelträger China die Bronze-Medaille gesichert. Die Vizeweltmeisterinnen von 2014, die im Halbfinale an Italien gescheitert waren, setzten sich im kleinen Finale klar mit 3 zu 0, 25 zu 22, 25 zu 19, 25 zu 14, gegen die Niederlande durch. Deutschland hatte die Runde der besten sechs Teams verpasst und mit Rang 11 das Ziel einer Top-10-Platzierung trotz ansprechender Leistungen knapp verfehlt. Von Sport-Informationsdienst